Ja Leute, herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Kirby's Adventure. Wir sind im Glibber Paradies in Welt 4 und ja, dann gehen wir mal ins erste Level von Welt 4. Schon wieder ein Wolkenreich. Oh, wir haben Feuer. Stopp. Doch. Oh, das ist einfach. Ah, ah gut. Nein! Ah, komm her. So, jetzt sind wir Schwert, Kirby. Oha. Nein, ich Idiot. Nein, das war doch Ufo-Kirby. So. Jawohl. Endlich. Das coolste, was es gibt. Und wenn er voll aufgeladen ist, dann hat er voll den Fan-Angriff. Oho. Hier ist nämlich ein Eingang und hier ist sogar ein Schalter. Und da schalten wir schon mal was schönes frei. Und zwar den Angel-Kirby. Also dieses mit dem, ja, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall dieses. Ha. Ich finde das so lustig. Na. Wow. Okay. Okay, wir machen. Bitte eins, bitte eins. Schade. Aber wir haben die zwei erreicht. Ist auch gut. Wir kriegen jetzt 5000 Punkte. Okay. Okay. Genau, Kirby-Kran. Hm. Ich weiß nicht. Oh, doch gut. Ist sehr gut. Ja. Komm, das schaue ich jetzt auch noch. Nee. Verdammt. Aber mein Mutterversuch. Ja. Gut, muss. Zwei Ups. Aber immerhin. Gut, gehen wir mal in Welt 2. Oh, eine Burg wieder. Mal sehen. Oh. Jahu, wir hatten die Fähigkeit auch. Und wir sind jetzt Feuer. Oh, verdammt. Gehen wir mal in die Tür rein. Es bleibt auch wenig anderes übrig. Und jetzt wieder in diese Tür rein. Oh, schade. Und jetzt wieder in diese Tür rein. Ja, die Musik ist echt toll. Geht's hier weiter? Neh. Okay. Also, wenn wir noch. Oh, Kirby. Nein. Juhu, Maxi-tomato. ich habe übrigens gestern bio schock durchgespielt ich weiß nicht ob es jemand interessiert aber ich finde das spiel war super und ja aber jetzt kann ich natürlich nicht denn ich habe ja einen blind run versprochen aber es wird auch noch mal von mir als let's play let's play let's play und kommt in die tür und es sollte die 1 sein hier wieder abbekommen ja kirby ist so ein kleiner retter der not und wir haben secret überset ne noch nicht ohne schießbruder da gehen wir mal da rein da war ich ja nicht drin hey nun drücke sofort aber nicht mehr ihre waffe wenn die gegner ihre waffe gezogen haben druckst du zu früh gibt es eine strafe ok ok als wilder westen typ als cowboy auch so ja genau wenn auch immer schwieriger perfekt wo sehen jetzt oh wir haben es geschafft ich wusste es aber gut immerhin haben wir einen abbekommen wieder mal ein ab ok gehen wir mal aufs luftschiff wie es hier aussieht und wir werden gleich mal zu ich sagte wir werden mal gleich zu feuer nee moment mal ich gehe einfach mal hier rein hier war ich noch nicht oder es ist irgendwie so eine zusatzstage kann auch sein weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht oder es ist der richtige weg und ist ein anderer zusatz keine ahnung wenn ich gerade schwer wenn man hier einfach durchfliegt aber naja curvy ist sowieso nicht schwer oh verdammt wow hier ist ne tür ok wasch noch na nein 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 du nicht explodieren ne ne moment den pep trink will ich schon haben gut jetzt können wir den wachstern benutzen hey wo sind wir hin hä war hier nicht gerade ein wachstern komisch oder wurde der weggeweht hä das verstehe ich gerade nicht hey da sind zwei ja aber mal ehrlich ich benutze es mal ähm dann sind wir lieber gleich komisch warte aber hat einer eigentlich warum war ne weg ok naja von mir aus geben wir mal ins ziel und wir haben bestimmt ein secret vergessen ja ich hab's gewusst das war wahrscheinlich die kanone na gut äh ich mach hier erstmal einen schritt leute ähm ups hoppla ähm freu mich auf den nächsten teil und sag tschüssi und dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020